Christoph Reisinger ist ihr Bau- und Möbeltischler in Altenberg bei Linz. Von Bayern über die Weststernmark bis Wien liefert er seine Möbel, die nach Maß und von Meisterhand gefertigt sind. Er ist der Spezialist für elegante und funktionelle Wohnraumgestaltung und betreut sie als erfahrener Tischlermeister sehr gerne persönlich und gestaltet ihren Wohnraum nach ihren Einrichtungswünschen. Wobei der Übergang vom Möbel zum Bautischler natürlich fließend ist. Denn vieles wie etwa Türen, Treppen oder die Gestaltung der Wände und Decken sind mindestens genauso wichtig für ihr Zuhause wie die maßgefertigten Möbel. Als Besonderheit verwendet Christoph Reisinger Holz, das unter Berücksichtigung der Mondphasen geschlägert wurde. Gestalten auch Sie Ihre Wohnräume ganz nach Ihrem individuellen Geschmack mit den kreativen Ideen für Einrichtung und Ausstattung Ihres Tischlermeisters Christoph Reisinger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017